Herzlich willkommen bei Sonntags, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen und entspannten dritten Advent. Heute in einer Woche ist schon Heiligabend. Die Vorbereitungen laufen bei vielen auf Hochtouren. Die Wohnung wird festlich geschmückt und viele stellen auch eine Krippe auf, besonders an der Weihnachtsgeschichte berührt. Es ist die Tatsache, dass der kleine Jesus in einem Stall zur Welt kommt. Nicht gerade die besten Startbedingungen. Darum geht es heute bei uns, um die Geburt und die Herausforderung des Lebens mit Kindern. Gerade wenn die Geburt unter keinem guten Stern stand, sind die Herausforderungen ganz besonders groß. So wie bei den Frühchen auf der Intensivstation in der Westpfalz-Klinik. Wir durften einen Tag auf der Station verbringen. Die Überlebenschancen von Frühgeborenen haben sich in den vergangenen Jahren erheblich verbessert. Das liegt vor allem an der Intensivmedizin für Neugeborene, die immer besser wird. Ohne sie wäre das kaum möglich. Die Geburt im Krankenhaus ist heute der Normalfall. Über 700.000 Kinder wurden 2015 in Krankenhäusern geboren. Ein Drittel der Geburten waren Kaiserschnitte. Früher haben fast alle Frauen zu Hause entbunden. Geburt ist ja auch keine Krankheit. Die Hebammen in Geburtshäusern versuchen, Frauen stark zu machen für eine Geburt aus eigener Kraft. Auch eine schöne Vorstellung. Eine Geburt ganz ohne Technik und medizinische Hilfsmittel, aber mit viel fachlicher Unterstützung. Doch was tun, wenn die Fähigkeiten der helfenden Hände nicht ausreichen? So wie bei Webi und Oldiana. Die beiden haben vor zwei Jahren Vierlinge erwartet. Doch in ihrer Heimat Albanien hatten sie kein Vertrauen in die medizinische Versorgung. Ja, der Wunsch der Eltern ist nachvollziehbar. Ich denke, alle Eltern möchten ihren Kindern ein gutes Leben bieten. Aber nicht selten verlieren sie dabei auch sich selbst und ihre Beziehung aus den Augen. Früher haben sich zwei verliebte Menschen völlig genügt. Mit der Geburt der Kinder stehen bei vielen dann nur noch Pflichten und Alltagsprobleme im Vordergrund. Das kann auf Dauer eine Beziehung belasten. Oder man betrachtet sich und den Partner mit ganz neuen Augen und genießt das neue Abenteuer. Toll, wie Sie das alles hinkriegen. In einer Woche feiern wir die Geburt Jesu in einem kleinen Stall. Da steckt schon sehr viel Herz drin. Auf jeden Fall ist es eine Geschichte, die sich schon viele Generationen erzählt haben. Der Pfarrer und Zeichner Werner Ticke Küstenmacher zeigt, dass hinter der Weihnachtsgeschichte aber noch viel mehr steckt. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Die Geburt eines Menschen bleibt einfach immer etwas Besonderes. Hier im ZDF geht es jetzt weiter mit dem katholischen Gottesdienst aus Roding in der Oberpfalz. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen dritten Advent, eine gesegnete Weihnachtszeit und einen gesunden Start ins neue Jahr. Und ich freue mich, wenn wir uns dann am 7. Januar hier bei Sonntags wiedersehen. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut.